Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Stellen wir uns einmal vor, jemand geht mit Rückenschmerzen zum Arzt. Die Schmerzen plagen ihn schon eine ganze Weile. Normalerweise kriegt er Tabletten verschrieben. Die Tabletten unterbrechen den Schmerz. Eigentlich sind die Schmerzen noch da, aber sie werden im Körper nicht mehr weitergegeben. Das hat dann in der Vergangenheit immer eine Weile gehalten. Aber die Schmerzen sind wiedergekommen und ehrlicherweise sogar in kürzeren Abständen immer wiedergekommen. Als er dieses Mal zum Arzt geht, in die Praxis hat der Arzt gewechselt. Der neue Arzt hat eine andere Botschaft für ihn. Der Arzt sagt fünf Punkte. Erstens, ganz grundsätzlich, Sie müssen lernen, mit Schmerzen zu leben. Sie erst einmal akzeptieren. Wer etwas, das zum Leben gehört, einfach ablehnt, der macht es stärker. Es kommt nur mit größerer Kraft zurück. Er sagt zweitens, Sie müssen an die Ursachen des Schmerzes heran und nicht nur die Probleme bekämpfen. Er sagt drittens, je mehr Sie sich auf Ihren Schmerz konzentrieren, desto stärker empfinden Sie ihn. Sehr gut. Jetzt kommt der vierte Punkt. Die Schmerzen machen sich dort bemerkbar, wo Sie eine Schwachstelle haben. Aber wenn Sie dann an dieser Schwachstelle immer rumschrauben, sich quälen, dann kommen Sie vielleicht nicht weiter. Sie müssen das ganze System in Bewegung bringen. Sie müssen sich in Schwung bringen. Dann kann auch der Schmerz nachlassen. Er schließt damit, stellen Sie sich im Gegenteil vor, über Nacht ist ein Wundergeschehen. Ihre Schmerzen sind fort. Beginnen Sie danach zu leben. Mit einem positiven Bild vor Augen werden Sie auch Positives erreichen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht heute um die sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Ich spreche von Schmerzen. Wer oder was ist Ihnen bei diesen Schmerzen in den Sinn gekommen? Vielleicht die Geflüchteten? Falls ja, falls Ihnen die Geflüchteten in den Sinn gekommen sind, dann verrät das viel über die Diskussion, in der wir uns befinden. Denn Menschen und schon gar keine Gruppe von Menschen können nur als Problem gesehen werden. Und sie sollten von uns auch nicht so dargestellt werden. So, meine Damen und Herren von der AfD, Sie haben sich ja eben amüsiert. Und ich wende mich Ihnen mal gleich als Ersten zu. Gestern war von Ihnen zu hören, dass Sie diese ganzen Leute ja am liebsten gar nicht hier hätten. Sie wollten Sie eigentlich loshaben. Sie nicken. Dann haben wir noch gehört, Sie sind aber auch gegen die Hilfen, die wir in der Türkei geben. Die wir dort geben, natürlich auch mit dem Ziel, dass nicht alle weiterwandern, sondern erstmal dort einigermaßen anständig versorgt sind. Sie wollen sie weghaben, diese Geflüchteten, wie einen Schmerz. Und ich sage mal dazu, Ihre Haltung halte ich für kindisch. Das ist nicht verantwortungsvoll. Wer Herausforderungen erfolgreich begegnen will, der muss sich zuerst einmal den Realitäten stellen. Und Sie, Sie sind der Vogelstrauß der deutschen Politik. Ihr Kopf steckt tief im Sand. Und wenn Sie reden, dann strecken Sie uns den Hintern entgegen. Ich finde das sehr unappetitlich, was von Ihrer Seite kommt. Jetzt zu den Antragstellerinnen und Antragstellern. Ja, je mehr man ins Land hineinhört, vor allem in den sozialen Medien, da kann man den Eindruck gewinnen, diese Geflüchteten bereiten den Menschen Schmerzen. Da ist viel Geschrei und da ist viel schlechte Stimmung. Aber ich frage, was will uns eigentlich jemand sagen, der uns vielleicht in diesen sozialen Medien ganz deftig angeht? Was ist da los? Wo ist denn der Schmerz wirklich? Und dann höre ich rein und dann frage ich nach und dann treffe ich da Menschen, die sagen, ja, von der Rentenversicherung kriege ich gesagt, ich soll arbeiten gehen und kriege keine Erwerbsminderung. Und vom Jobcenter kriege ich dann gesagt, sie sind arbeitsfähig. Hintergrund, zahlen möchte da niemand. Ich treffe Leute, die suchen eine bezahlbare Wohnung. Das kennen wir alle aus unseren Büros und sie finden keine. Ich treffe Leute, die von ihrem Leiharbeitgeber alle neun Monate auf die Straße gesetzt werden und nach drei Monaten wieder eingestellt. Unsere Gesetze werden ausgenutzt und die Menschen mit ihnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier liegen die Ursachen für vieles, was sich in diesem Lande am Ende gegen Ausländer und Geflüchtete wendet. Deswegen brauchen wir mehr Anträge, die sich mit der sozialen Lage in diesem Land befassen. Wenn wir uns stattdessen auf die Geflüchteten konzentrieren, dann erreichen wir das Gegenteil. Ja, die Leute sagen zu 40, 50 Prozent Geflüchtete und Migration. Das ist das wichtigste Thema. Aber damit sagen die uns doch nicht, dass wir uns nur um Geflüchtete und Migration kümmern sollen. Die sagen uns, kümmert euch um die Probleme, die da sind. Ja, aber Leute, wir sind auch noch da. Kümmert euch mal um uns, um unsere Probleme. Viele fühlen sich von Politik einfach nicht wahrgenommen. Das müssen wir verändern. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von der Kollegin Deuteberg? Ja, na klar. Stellucci, auch nach längerer Redezeit frage ich mich jetzt, was will die SPD? Man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Also sind Sie, wie in der letzten Legislaturperiode selbst beschlossen, für die Einstufung als sichere Herkunftsstaaten? Und sind Sie auch dafür ein Einwanderungsgesetz zu schaffen? Frau Kollegin, Sie sind ja noch neu hier und ungeduldig. Sie sind noch neu und ungeduldig. Das finde ich sogar ganz sympathisch. Und ich komme genau mit dem nächsten Satz zu dem, was Sie jetzt mit Ihrer Frage vorweggenommen haben. Ich finde nämlich, und das ist meine Frage an Sie zurück, warum brauchen wir zusätzliche Debattenzeit für dieses Thema? Das hat der Deutsche Bundestag bereits beschlossen. Es ist im Bundesrat hängen geblieben. Im neuen Koalitionsvertragsentwurf steht es wieder drin, auch mit den Stimmen der SPD-Verhandler. Auf europäischer Ebene wird an einer gemeinsamen Liste gearbeitet. Ich halte Ihren Antrag schlicht für unnötig. Und er trägt leider dazu bei, dass die schiefe Debatte im Land, dass wir die falschen Themen priorisieren, noch mal weiter verrutscht. So, sichere Herkunftsstaaten, meine Damen und Herren, das sind nämlich die Tabletten. Das sind die Tabletten, die einfach nur unterbrechen. Die Leute sind doch längst hier. Viele unter Opfern und Entbehrungen und leider auch mit falschen Erwartungen. Und deswegen lassen wir doch mal einen Moment ab, da herumzudoktern und bringen wir das zu Themen in Bewegung. Jetzt, Kollegin Teuteberg, kommt es nämlich. Die Menschen brauchen Lebensperspektiven dort, wo sie herkommen. Dafür müssen wir in erster Linie arbeiten. Die Menschen brauchen Rat und Unterstützung. Und zwar nicht von Schleppern, sondern von Leuten, die es ernst mit ihnen meinen. Die müssen ihnen vor Ort sagen, hör mal, dein Antrag auf Asyl ist wahrscheinlich am Ende nicht von Erfolg gekrönt. Aber hier sind Alternativen für dich. Und hier ist Hilfe und Unterstützung. Und das machen wir in den sogenannten Transitzentren. Und zumindest wird es erschrobt. Und diese Angebote müssen wir ausbauen. Und ja, wenn wir den Druck bei der irregulären Migration wegnehmen wollen, dann müssen wir legale Wege eröffnen. Legale Wege eröffnen. Und zwar für beide Gruppen. Einmal Kontingente für die Schwächsten. Jetzt mache ich Ihnen wieder Schmerzen. Ich weiß es. Legale Wege für die Schwächsten in Form von Kontingenten. Und richtig, Frau Teuteberg, wir brauchen ein Einwanderungsgesetzbuch für diejenigen, die Arbeit suchen und hier gebraucht werden. Und dafür setzt sich die SPD ein. Schließlich. Wir brauchen ein positives Zukunftsbild. Wir brauchen ein positives Zukunftsbild, wie ein gutes Zusammenleben von Einheimischen und Neuankömmlingen in diesem Land gelingen kann. Und ich versuche mal wieder einen Entwurf. Europa zeigt der Welt, wie man auf engem Raum lernen kann, in Frieden zusammenzuleben. Und warum soll nicht Deutschland auch auf relativ engem Raum zeigen, dass in Vielfalt Leben in Frieden gelingen kann? Wir haben doch Jahrhunderte Erfahrung mit Einwanderung. Und wir haben da manches geschafft. Wir haben auch manches versäumt. Aber in jedem Fall haben wir viel gelernt. Wir wissen, was gutes Zusammenleben fördert. Begegnungen nenne ich als allererstes. Sprache ist zentral. Wir wissen, dass es auf gute Bildung von Anfang an ankommt. Die Infrastruktur muss da sein. Wohnraum zuallererst. Dafür müssen wir arbeiten. Aber vor allem, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen eines tun. Und das müssen auch unsere Debatten in diesem Haus widerspiegeln. Wir müssen immer alles für alle tun. Wohnraum, ja, für alle. Bildung, ja, für alle. Arbeit, ja, für alle. Gerecht muss es zugehen. Das ist der Schlüssel für eine gute Zukunft. Wir dürfen nicht nur die Risiken sehen, sondern wir müssen auch die Chancen sehen. Jede Zeit hat die Chance, eine bessere Zeit zu sein als das, was zurückliegt. Nicht zurück, sondern nach vorne müssen wir Politik machen. Dass es besser sein kann, diesen Hoffnungsüberschuss, den brauchen wir wieder im Land. Dann wird uns gelingen, was in unseren Möglichkeiten ist. Vielen Dank. Zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag hat der Abgeordnete Lars Herrmann Herrmann, der ist in unserem Land. Vielen Dank.